Moin Leute hier ist Sachsen und ja ich will euch nochmal Bescheid sagen ich wollte es schon am Montag und Dienstag machen in diesem Video aber irgendwie bin ich dazu gekommen Montag ist habe ich zu lange geschlafen und dann musste ich Pfarrschule machen Jupp und danach war ich gestern einkaufen und habe ein bisschen umrenoviert mein Zimmer und dann habe ich es alleine gelaufen ich will Videos machen wenn ich Tag so hell heute perfekte Licht also diese zwei Tage war grau hässlich und uncool so warte mal ich mache Kuh an Besser? Besser ein bisschen besser ein bisschen besser vielleicht so ja ich habe mein Zimmer renoviert wenn ihr es merken an den Vlogs was ist hier geändert hat sich geändert so kann mich besser sehen so also mache ich heute kurze Roomtour also heißt wenn ich erzählen was das ist mein Zimmer kurz verändert ist also erstmal das seht ihr mein Vlogs hat hier irgendwo gestanden diese Kommode Scheiße hat hier gestanden hier ist kurz Computer mein Regal da ist ja okay Bio ja ich trinke ein bisschen das ist jetzt schon seit Monaten Monat ein Monat sage ich so da ist mein Fenster weil ich habe ich habe gestern mir ein Playstation 4 gekommen so ich wurde kurz unterbrochen ist mein Onkel gekommen ja da muss ja ein bisschen wettig sein dass er nicht merkt dass ich macht Video so nochmal machen wir ja nochmal runter schnell also da seht ihr hier ist Kommode ich habe hier irgendwo gestanden Kommode da rein so Fahrrad zu trainieren aber ich habe den nicht benutzt weil zu faul war ich und zu wenig Zeit habe ich so und dieser Schachtel hat hier gestanden wo es jetzt ist mein Bett und was Neues dazu mein Zimmer gekommen ist das ist das ist na toll das ist scheiße also den Fenster habe ich von meinen Eltern bekommen und die haben neue Fenster gekauft mit 4K und 3D ja und Playstation Bier leider in Special Edition von Star Wars ja ich wollte es einfach normal machen aber ja gut wenn ich habe keine andere Wahl dann mache ich so so also der Playstation sieht ich habe gesagt sieht voll hässlicher packe aus und sieht ziemlich geil aus zeig ich euch kurz ich hoffe der Licht werde perfekt könnt ihr ja was sehen so äh ich weiß noch was habe ich mir vertarnt weil das ist Playstation 4 wahrscheinlich habe ich gesagt Playstation 3 ja ich meine Playstation 4 habe ich gekauft gestern für ziemlich Haufen Geld ich habe habe ich so schnell geschätzt 400 300 Euro aber ja gut ein bisschen viel war und habe ich ziemlich viel Kohle ausgegeben für Spiele 6 Spiele also 5 Spiele habe ich gekauft gestern noch und ja wenn man arbeitet Vollzeit nicht Youtube keine Sorge ich bekomme kein Geld ja ja doch bekomme ich nur glaube ich eine Woche 2-3 Cent das kann man nicht leisten aber ich bin vollzeit und deswegen ja wollte ich euch sagen wie es mein Zimmer aussieht sieht aus ziemlich ich finde es fresh und geil ahja vielleicht hat euch heute gewundert wieso ist da eine Matrasse äh diese Tasche ist Müll einfach Müll wegschmeißen weil das habe ich gesagt ohne diese Sache muss ich wegschmeißen und nicht das habe ich gelassen oh Akku schwach ok gut zu wissen also meine noch Info dass meine Schwester schleppt momentan in meinem Zimmer weil meine Oma ist im Besuch jup für einen Monat also lange lange Zeit also sie werden bei mir schlafen aber ich werde versuchen sie das ist meine Schwester niemals von meiner Familie in Meisen mein Blogs so Leute ja das war's von meinem Roomtour und ja bis wieder und nächstes Mal tschüss